Guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Monkey Dwarfy und ich bin unterwegs mit dem TE 34100 auf Erlenberg in dem Modus Angriff. Und wir sind diesmal Verteidiger. Ich könnte auch sagen, wir sind ein Widerverteidiger. In dem Modus bin ich das auch wie öfters. Wir haben es uns mal lieb. M6 ohne Tarnung. Auch immer sehr schön. Wo schon andere oft noch gesagt haben, Tarnungen werden ja mittlerweile bei World of Tanks hinterhergeschmissen. Ein Panzer ohne Tarnung ist ja mittlerweile eine Straftat. Gießt mal blind. Manchmal tauchen ja hier oben welche auf. Okay, 34 Biss ist aufgetaucht. Hat auch noch keinen Schaden. Der Schuss ging daneben. Na, wie sieht's aus? Wirfst das Handtuch? Er hat getroffen. Aus der Fahrt trifft man auch nicht. Nicht auf den Fingern! Auf dein Maul! Ja, 45 Tepil macht einen Abstauber. Kühl... Ich denke mir doch sowas nicht aus. Er hat gesagt, ich sehe aus wie eine... wie eine Seuche. Raus mit den Viechern! Ein Skoda T17, der mit HE geschießt. Das heißt, er hat ein Magazin HE geladen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich weiß nicht, welche Ziele er erwartet hat, um mit der HE zu schießen. Leider erkennt man an der HE nicht, welche Kanone er drauf hat. Ob die erste oder die zweite, das erkennen wir dann eher noch bei der Standort-Munition, bzw. bei der Verbesserten. Ah, leider gehen wir grad auf. Aber... Im Zaukast. Aber Kumpel, wenn du von Polieren sprichst, das nimmt dir doch keine ab, mit der Hose. Ehrlich? So, nun hol ihn raus, den Zahn meine ich. Wer weiß, was du sonst noch rausholst. Ist schon so schlechte Luft hier. Du hast voll Alken in deinen Hornschwöffeln! Die werde ich dir mal durchpusten! Du Limmeldo! 1.500 Schaden. 1.500 Schaden. Na, wie sieht's aus? Laufst du das Handtuch? Raus mit dem Viecher! Können wir mal einen zweiten Kill machen. Bei so einem Musauge hat meine werte Frau Großmutter immer Kamillentee empfohlen. Hilft garantiert! Raus mit dem Viecher! Wiese alle drauf geiern, den Abschuss zu machen. Und dann verschießen sie. Und man kann sich drüber freuen. Panther. Raus mit dem Viecher! Ja, für der Kill. 14 zu 5. Und dann verschießen sie. Da wird es doch nochmal treffen. Und da wird er rausgenommen. Und wir gehen mit 15 zu 5. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. Auf Erlenberg bei dem T-34-100 haben wir gemacht. Ein Überlegungsabzeichen 1. Klasse. Kämpfer, Panzerbrecher und Wirkungsfeuer. Wir haben 2.307 neuen Schaden gemacht. Damit den Top-Schaden knapp vom Progetto 46. Damit haben wir als Siemer den höchsten Schaden gemacht. 4 Kills. 1040 Basis-Erfahrung. Da hat uns nur knapp der 45 TP übertroffen. Mit 1088. Also eine sehr gute Runde geworden. Wir haben 18 Mal geschossen. 12 Mal getroffen. 12 Mal penetriert. 6 Mal daneben geschossen. Aber die die wir getroffen haben wir wenigstens durchschlagen. Die Runde ging 6 Minuten 39 Sekunden. In der wir dank persönlicher Reserven 47.475 Grad gemacht haben. Wenn euch diese Runde gefallen, lasst damit ein Like da. Über einen Kommentar wollte ich euch auch freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Gefecht.